das ist auch nicht so effektiv ist gar nicht effektiv verteidigung von schwalbos steigt komm ich mal einfach ruck so kipp was ist das immer hier zack 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 hier sind wir im ghetto bambam bambam alter kolleges auf wiedersehen soll es wird noch ein minum eingesetzt so und das letzte mini das letzte plus le kommt jetzt plus le wird von pokéfan kassi mir so kannst du deinen ersten sohn nennen alter kassi mir was ist das für name tja rechte hand ohne den den anderen ist ein bisschen schlecht jawohl das knillt alter bei mir junge fickt den erstmal knills erreicht level 15 schönheit reicht nicht aus hast du kein mitleid ich lieb schwänze im arsch nein nein ich möchte nein ja isabel kannst du ruhig eintragen aber nicht den affen da ja gott sei dank wie geil ist das denn der hat den wirklich nicht eingetragen unlicht aha bestimmt abra aber hat seine erste attacke äh so genau paralyse wollte ich weg machen sind knills level 15 erkennt man wieder klar und deutlich drei schritte rechts zwei schritte geradeaus und du erreichst das wundersame rätselhaus 1 2 also wenn ich jetzt davor stehen würde so 1 2 3 1 2 du wirst beobachtet was grrrr woher wusstest du dass ich mich unter dem tisch versteckt hatte clever siehe und staune ich bin das größte lebende menschliche mysterium in ganz hohem man nennt mich rätselmeister haha er freut dich kennenzulernen du bist hier um mein rätselhaus herauszufordern oder deshalb bist du doch hier ja ja so muss es sein betrachte deine herausforderung als angenommen tritte tritte in meinen arsch tritt hinter diese schriftrolle und die herausforderung beginnt ich warte im hinteren bereich hinter der schriftrolle ist ein loch möchtest du ihn durchgehen was ist das da an der rand hier anscheinend nix ich habe mir den ganzen weg zum sieg mit dem zerschneider den wir hierher gelernt haben gebahnt die er hat den 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 die das sind die ganzen alten pokémon das ist richtig geil der kann es ja nur komm hier können wir eigentlich unser jungglut trainieren die ganzen äh feuerattacken hier ja ich glaube das mache ich auch komm youngglut du riegelst das hier ja jawohl mirabler sitzt lockduft ein ok fluchtwert sinkt yo auf wiedersehen was das kann doch nicht das gibt es doch nicht das kann doch nicht wahr sein vergiftet er uns in letzter sekunde da noch so da gibt es mir direkt heilen so da können wir hier direkt die bäume rasieren und hier auch so was erwartet uns hier gar nichts jawohl so jungglut setzen zerschneider erneut ein welch ein wunder was hat dieser baum für einen sinn muss man jetzt die schriftrolle erstmal holen erstmal hole ich mir den pokémon da oben dann die schriftrolle also danach ist jungglut wahrscheinlich ganz schön ausgelaugt ein zick-zack-brief cool cool echt cool dafür sind wir den weiten weg jetzt hier gelaufen cool wer ist dieser rätselbeister ich weiß es eine herausforderung von göre robin was sie heißt robin level 14 level 15 level 15 eagle summon das gibt es doch nicht diese hurenattacke alter bemerksam der fließe irgendwann mal weg wenn du sowas hier siehst das kann doch nicht wahr sein Oh, ne, ey. Boah. Dieses Pokémon hat nur asoziale Mistattacken, Alter. Mein Gott, ey. Ja, und jetzt setzt Anziehung ein. Boah, ich tue gleich aus. Alter, sag mir mal, was das für ein asoziales Arsch-Pokémon ist. Alter, ja. Nee, Eniko, nee. BAM, Junge. Nein. Scheiße. Komm, jetzt aber. Komm, scheiß drauf. Nein. Ja. Yes. Hau rein. Ein asoziales Vieh. Und dafür nur 97 EP. Merrill, ja. Komm, Abra, der macht das. Der haut jetzt alles raus. Ja. 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 Und der hat nur 10 AP. 10 verschissene AP. Ich packe es nicht mehr. Alter, die erste Attacke, die Abra hat und es hat 10 AP. Nein. Deine scheiß Einigler werden dir jetzt auch nicht helfen. So. Hier. Und auf Wiedersehen. Hat ihm doch ein bisschen geholfen. Hurra. Du hast mein Schwalbos 2 KP abgezogen. Glückwunsch dazu. Und auf Wiedersehen. Boah. Ey. Das ist ein Einigler, 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 Einigler. Hauptsache ich ziehe 3 KP weniger ab. So. Einmal Glut und die Sache ist gefressen. Ach, was mache ich denn? Habe ich einer am Brett oder was? Unten rechts hat ich nur noch im Kopf wegen Glut. Oder völlig aus dem Kampf fliehen. Ja. Hier. Asoziale Attacke. Rikki findet eine Schriftrolle. Lernt den Geheimcode, der auf der Schriftrolle steht. Auswendig. Gott sei Dank sind die Bäume hier noch weg und wir müssen die nicht nochmal alle zerstören. Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Ja, klar. Eine Herausforderung von Teenager Henri. Oder Henry? Ich sag Henri. Zikzachs Level 14. Knills Level 15. Den. Versuch ist es ja wert, oder? Ja. Zikzachs wurde bepflanzt. Bepflanzt. Jetzt hole ich mir meine ganzen KP zurück. Dammit. Ey, warum? So, jetzt hole ich mir damit ein bisschen KP zurück. Und jetzt nochmal mit Absorber ein bisschen KP zurück. Ja, ja, setz du mal deinen komischen Sandwirbel ein. Ja, Mann. Zikzachs. Zikzachs. Zikzach. Zikzachs. Zikzachs. Egelsahm. Beste. Wenn's aber funktioniert. auch kollege es bringt doch nichts genauigkeit sinkt und ich treffe trotzdem es bringt doch nichts es bringt doch nichts kollege hast du denn nichts gelernt zickzacks wurde besiegt knillz erhält 180 ep und erreicht level 16 es versucht mega sauger zu lernen ist aber ein männliches knillz dann wirst du schon pflanze pflanze kommt alles pflanzende tank jawohl und hat täckel vergessen und er lernt mega sauger zickzacks nein werde ich nicht sieht das wird von teenager in den kampf geschickt level 16 probieren wir doch mal den mega sauger aus ich hoffe er saugt jetzt auch mega an zickzack sein pibbel jetzt genau wegen diesem dreckigen sandwirbel geht das daneben und das haben wir schon zweimal heuler kassiert das heißt der angriff wird jetzt nicht so extrem das kann doch nicht wahr sein dreimal heuler kassiert das heißt wenn wir jetzt ein mega sauger machen wird das wahrscheinlich ein mini mega sauger werden ekelhaft und ich schreck zurück genau genau was soll der scheiß man egal wenn knillz gleich tot ist dann kill ich hier mit stall union das kann doch nicht wahr sein geht das wenigstens kommt wenigstens einen kleinen egelsamen auf ihn werfen so michael jordan like ausgewichen daneben daneben ich hab kein bock mehr so ein huernkind alter bis jetzt so einen in die fresse rein da verpiss dich jetzt mit einem dreckigen mist heuler ich schwör es dir ich mach dich in asch ich mach dich in asch ja wohl auf wiedersehen keiner will ich haben denn du bist scheiße das schloss geht klickend auf das 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 das